Da wären wir. Stell dir vor, wir fliegen hier drin durch Raum und Zeit. Das ist eine archäologische Expedition. Wir durchforschen das Universum nach dem Überresten der Sabermann. Ich wäre vorsichtig an Ihrer Stelle. Komm, gehen wir Ihnen nach. Kommen Sie, Victoria. Jamie, fass diese Knöpfe nicht an. Zu spät. Jamie, du darfst nicht hinsehen. Was können wir tun? Wir spielen auf Zeit und ich habe eine Idee. Ihr gehört nun uns. Ach ja? Ihr werdet sein wie wir.